Wasser, genau. Wir sind wieder am Wandern am 15. August. Maria Himmelfahrt. Wasserfall von Engeloch aus. Hallo. Jetzt sind wir am Sivoltesee. Ein Kind schläft. Jetzt sieht es wieder besser aus. Das war einmal eine Ziege. Die sieht nicht mehr gut aus. Sie sieht nicht mehr gut aus. Da geht es auch ein schönes Gelände hier. So, angekommen. Auf fast 2,8. 2,7, 6. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Leider nicht auf dem Böhsehorn. Nur auf dem Galehorn. Hier war ich schon zu Ostern. Aber ja. Nicht so schlimm. Es ist ja auch wirklich ziemlich bewölkt. Kann man nicht anders sagen. Aber ja. Nur 975 Höhenmeter. Kleine Tour halt. So. Schläft immer noch? Und da ist eine Ziege. Das wäre der Bär gewesen. Und da war ich letztens mit. Kora. Hier sind ja die Ziegen. Und der Kora Bär. Hallo sagst du. Hallo zu Ziegen. Ja, hallo Ziegen. Wo sind die Ziegen? Wo sind die Ziegen? Mh. Ja toll. Ja toll. Ja toll. Hallo. Oh, ein bisschen Apfel. Wir haben nichts mehr. Ne, ne, ne. Vorsichtig. Sie wollen fressen. Hilfe. Wir haben nichts mehr zu essen. Hast du aufgegessen? Oder ist das runtergefallen? Ach nee. Den hast du ja aufgegessen. Genau. Die Ziegen haben Hunger. Ne Ziegen haben Hunger. Wir haben aber nichts. Wir haben noch Brot. Ja. Stimmt. Wir haben noch Brot. Was machen die Ziegen? Was machen die? Was machen die? Was machen die? Hallo? Was streicheln? Was streicheln? Was streicheln Ziegen? Hallo Ziegen. Huhu. Da ist der Aletschgletscher. Hey, wir sind hier oben. Ah, ist das toll hier oben. Hey. Hey. Da warst du letztens. The Mad Fale horn. Cool. Cora. Hopp. Wer kommt da denn? Ja, hier. Hallo. Guck mal, das ist die süße Cora. Und das ist die süße Ziege. Mh. Jojojojojojojojojojojaj. Hey, ja, 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 ja. Ist das deine liebe Ziege? Ja. Hey, cool. Hallo, Ziege, du machst hier Männchen. Du machst hier Männchen. Ja, 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 ja. Du bist mir eine. Du bist immer eine. Was macht die Ziege? Was macht die? Hey, was macht die? Die macht der Hopp. Die macht der Hopp. Hey, die macht der Hopp. Hey, die macht der Hopp. Da ist noch eine, ja? Hey, die macht immer Hopp. Hopp. So, hier geht der Weg zurück. Also wir sind vom Pass wie Skitour hoch. Ja, genau. Da geht der Weg lang, da ist Wasser, da ist der See, ne? Ja, genau. Mau, bist du wach oben, schön wach. Jetzt bist du wach und kannst alles sehen. Ja, hier geht es runter. Ja, cool. Ja, cool. Ja, jetzt gehen wir mal einen anderen Weg. Der war auch ausgeschildert, Engelhoff. Ja. Ja, die Murmeltiere sind da. Die Murmeltiere. Süße, ja. Die Cora wandert den Weg. Wo ist denn die nächste Markierung? Nicht. Ja, ja, geh mal hin. Ja, geh mal hin. Ja, geh mal hin. Ja, wo ist die Markierung? Da ist keine, nee, noch nicht. Blumen? Blumen? Hallo? 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 Hallo, süße. Hallo, eine süße. Hallo, guck, 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 guck. Ja, du hast sie gefunden, hey cool, ja Cora, das ist eine Ameise, das ist ja eine Ameise, ja die geht auch auf die Markierung, war schön bunt, hallo, na schön. Schöne Wanderung, allerdings ein bisschen kurz. Nur 1000 Kilometer und 5 Stunden 15. Schöne Wanderung. Schöne Wanderung.